Der Sieg liegt in unseren Händen. Lautein lehera emmenia al Dacar 2011 Untechuva de mi País ist eine Vereinigung, mit der die Dacar verbunden ist. Sie wird von Studenten geleitet und ihr vordergründigstes Ziel ist es, Häuser für die mittellosesten in Lateinamerika zu konstruieren. Mit dem Geld, das letztes Jahr eingesammelt worden ist, konnten 40 Übergangshäuser und drei Schulen gebaut werden. Dieses Jahr hat die Dacar 157.000 Dollar gespendet. Dies ist die erste Etappe. Wir wollen Notquartiere zur Verfügung stellen, aber vor allem langfristige Lösungen für diese Familie mit Hilfe von ISO und der Dacar finden. Wir sind sehr stolz auf diese Zusammenarbeit und im Namen der 350.000 Freiwilligen des Vereines sagen wir herzlichen Dank und hoffen diese Arbeit weiterhin gemeinsam fortzuführen mit der Dacar. Unsere Verbindung existiert seit drei Jahren und wurde von Erfolg gekrönt. Hut ab vor diesem Wohltätigkeitswerk. cancellatische Lieblings-Richteswerk. Untertitelung des ZDF, 2020